Ich muss mich erstmal beruhigen, Leute. So, das heißt, wir müssen ja irgendwo doch hier oben lang, ne? Und in welche Richtung jetzt? Das weiß keiner wahrscheinlich, ne? Oh, ist hier was Interessantes? Äh. Äh. Der explodiert, oder? Ich schieße einfach mal drauf. Hallo. Hallo? Boah, ne. Och, ey. Komm, geh kaputt. So ein Trick, ne. Komm ich hier hoch? Ja. Ein bisschen hüpfen geht das. Ich hab's Gefühl, jetzt komm ich hier unten. Ja, jetzt komm ich aber hier wieder raus. Hier waren wir aber schon. Na, gucken wir mal in die andere Richtung noch. Mann, 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 Mann. Ich bin immer noch... Mein Herz ist immer noch ein bisschen am Bobbern hier wegen dem scheiß Todeskrallenvieh. So, gehen wir mal hier lang. Äh. Hier geht's gar nicht weiter. Schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja, dann gehen wir wieder raus hier. Bringt ja nichts. Gehen wir wieder hier hin. Achso, ich kann nicht mehr hin. Scheiße. Das war doch mal Spannung pur. Gut. Gehen wir halt erstmal wieder. Wo ist denn jetzt noch so ein Tier? Ach, da. Mehrere. Hallo. Komm, wir schießen nach Fäden. Einmal. Bam. Bam. Wo ist eigentlich schon wieder unser Valentine? Schön. Bam. Oh, jetzt habe ich auch so eine Granate geworfen. Ein Molotow-Cocktail. Na, egal. Passiert. Aua. Ach, da ist ja noch einer. Und los. Ja, wo? Uiuiui. Der hat's erledigt. Der Mahl und der Tetsu. Was? Ja, gut. Wo kam ich jetzt raus? Hier? Ne, hier geht's ja nach unten. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Ha, ha, ha. Ne. Ja, find erstmal hier wieder raus. Hier ist immer noch irgendwo jemand. Hä? Ach, ne, das ist er. Tja. Warte mal. Ja, nur hier muss ich jetzt rein, ne? Und dann hoch. Nach oben. Richtig? Nach oben will ich. Warte, warte. Da ist noch einer. Warte mal. Ich will ihn in den Kopf treffen. Komm. Bäm. Ha, ha. Wuhu. Da hüpft der Kopf nur noch so durchgegen und macht einen Breakdance für mich. So. Habe ich mir das vorgestellt. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ne, im Moment geht's noch, Kräuter. So. Ja, dann gehen wir halt. Wo kommen denn die jetzt auf einmal alle her? Auf Befehl des Instituts müssen sie vermischt werden. Alter, wie viel Sinn denn das jetzt auf einmal? Oh, shit. Oh, shit. Geh kaputt, geh kaputt. Aua. Daneben. Scheiße. Volltreffer. Du mese Bitch. Wuhu. Läuft. Mensch. Langsam klappt doch hier das Zeug, was... ...au am Anfang mich aufgeregt habe. Umso besser wird's jetzt hier. So. Hm. So, jetzt sind wir doch wieder da, wo wir hinwollten. Mann, 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 Mann. Action pur hier. Dann würde ich sagen... Geh mal erstmal... Oh, jetzt. Ja. Geh mal erstmal nach Diamond City. CD. Diamond City. Karte. Karte, hier. Ab nach Diamond City. Ähm. Ja, da will ich ja hin. Diamond City. Oder auf dem City-Markt. Ich glaub, City-Markt ist besser. Jetzt sind wir nämlich gleich dort, wo wir hinwollen. Fast. Mal los. Mal los. Level 12, fast Level 13 jetzt. Bald haben wir's. Äh, besorgt ihr die neueste Blablabla? Nö, muss ich das jetzt machen? Nö, oder? Ich will jetzt erstmal hier zu ihr. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Ernsthaft jetzt? Na ja, mal schauen. Erstmal red mal mit der Dings. Piper. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und ne rostige Regenrenne. Schließt das, äh, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Ja, was nehm ich denn jetzt mal? So, hier. So, hier. Und manchmal lassen sie alte Synths zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Der ist tot. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja. War mir von Anfang an klar, dass er nicht still und leise verschwinden würde. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wär echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und, was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Hm. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit dein Subprotein? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerung. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari. Meisterin der Erinnerung. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Hm. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Hm. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kelloggs an seinem Kopf. Kybernetik, hm? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerung, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ja, klar. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir's geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Sehr schön. Neues Level. Und ne Trophäe. Genau so habe ich mir das doch vorgestellt. Ach stimmt, jetzt kann ich ja auch hier alles nehmen, was ich brauche, ne? Ja, so viel hat sie nicht. Cool. Danke. Sehr aufmerksam. So, ähm. Ja, gehen wir wieder raus, ne? Hört sich doch ganz interessant an. Jetzt müssen wir also zur Dr. Amari. Danke, wenn sie Angst haben, sollte das Motto von Diamond City sein. Genau. Habe ich auch gedacht gerade. Erstmal machen wir ein Level ab. Und da ist schon wieder die Frage, was nimmt man da? Rüstmeister. Rangmode 1 für Nahkampfwaffen. 20% mehr Schaden. Kann ich das schon? Ja. Das kann ich noch. Bis hierhin kann ich mal. Ja, Tragkapazität, äh, Tragkapazität wäre natürlich auch nicht schlecht nochmal, aber mhm, wir müssen jetzt erstmal was anderes nehmen. Plus was? Schmied wäre natürlich eine Idee, ne? Es gibt so viel. Es ist echt scheiße. Wahrnehmung, was gibt es hier? Taschendiebstahl brauchen wir jetzt nicht. 20% mehr Schaden wäre natürlich auch was. Das wäre auch nicht schlecht. Hm, Schleuzer knacken ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ach, Leute. Ist gar nicht so leicht. Was du erhältst? Plus 10 Strahlungsresistenz. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut, aber... Oh, es gibt so viel. Oh, es gibt so viel. Ne, sowas brauchen wir jetzt nicht. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Waffen. Ah, für Waffen ist eigentlich auch nicht schlecht. Für Waffen, was war das andere hier? Ach, äh, Mods für Rüstung. Na, dann komm, wir nehmen jetzt mal Waffenfreak. So. So, mehr haben wir ja noch nicht, ne? Wieso, habe ich noch eins? Kann das sein? Und steht noch eins. Oder bin ich jetzt blöd? Hm. Guck mal einfach mal. Ne, das nehmen wir nicht. Ähm. Ja, stimmt. Ich konnte noch eins auswählen. Lustig. Wusste ich gar nicht. Gut. Haben wir doch auch erstmal wieder ein bisschen hier was dazu bekommen. Falschen Knopf gedrückt hier. Passiert auch mal, ne? Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder, du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Na, freilich. Mach nur. Oh, ich wollte mich mal ne Runde hinsetzen hier. Safe. Jawohl. So, erstmal ne Runde hinsetzen. Ah, ich bin zu weit für diesen Scheiß. Warten. Aha, okay. Na, da warten wir halt mal vier Stunden auf der Couch. Okay. Schön gewartet.